Hallo zusammen, hier ist wieder der Heutschler und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es um ein paar MOP-Szenario-Kisten und da habe ich mir einmal die große Schatzkiste gefahren, beziehungsweise ein paar mehr. Wir wollen insgesamt 30 Stück davon öffnen und ja, aktuell brauche ich noch 5 Items raus, einmal 4 Umhänge und eine Waffe und ich hoffe, ich kriege jetzt mal die Waffe raus. Dafür habe ich mir ein paar Monks erstellt und ja, mal gucken, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Geplündertes Pandaren-Schwert heißt das und dann schauen wir mal rein, was ist da drin? Wir haben einen Rücken, aber so wie es aussieht einen falschen. Das ist der Intrücken, ach schau mal an, also der Intrücken kann auch droppen, wenn ich im Windwalkerspekt bin. Interesting, aber leider nicht der richtige. Und was haben wir hier drin? Einmal Gold, okay schade. Dann haben wir den nächsten Char und was hat der Schickes drin? Einmal Gold und Harmonie-Partikel übrigens. Die Char-Namen sind so komisch, weil das alles Test-Chars sind, die ich danach wieder lösche. Und diese Quests kann man ja leider nur einmal pro Char jeweils machen und dementsprechend muss ich das über Test-Chars machen. Und hier war es leider auch nichts. Dann haben wir den nächsten Monk und da haben wir ein grünes Item und leider nur Gold und Partikel, schade. So, dann geht es gleich weiter mit den nächsten Monks und dann haben wir in der ersten Kiste schon mal nichts drin. Und Kiste Nummer 2, oh boy, da sind ja nicht mal Harmonie-Partikel drin. Alles klar. Ich hoffe mal, mit dem haben wir ein bisschen mehr Glück. Und, naja, da ist zumindest ein Item drin, ein Hals. Und hier haben wir einen grünen Kopf. Schöne ich mal, dass wir hier vielleicht die Waffe drin haben. Oder so einen Int-Umhang würde ich natürlich auch nehmen. Ne, das ist einmal eine Schulter. Und, ach, meine Schulter ist dieselbe. Das ist dieselbe, bloß das eine ist der Schnelligkeit und das andere Aurora. Naja, okay. So viel dazu. Aber es hat dieselbe ID, ne? Also, es ist komplett das gleiche Item, bloß mit einem bisschen abgewandelten Namen und anderen Stats, ne? Ja, gut, dann gucken wir weiter. So, dann schauen wir mal beim nächsten Chao. Oh, hier müssen wir die Quest noch abgeben halt. Die brauchen wir nicht. Und zwar die andere hier. Und was haben wir da schickes? Einmal Handgelenke. Und eine Brust. Okay, schade. So, Duller, wer hätte es gedacht? Der nächste Monk. Da haben wir was Grünes drin. Und hier ist gar nichts drin. Na, super. Und dann haben wir noch einen Monk. Oh, das ist schon eine Waffe, aber leider eine Stangenwaffe. Jetzt muss ich mal gucken. Es ist aber Windläufer eingestellt. Schade. Ich brauche doch Schwerter hier und keine Stangenwaffe. Und da haben wir leider auch nichts drin. So, dann sind wir auf dem nächsten Monk. Und jetzt gucken wir mal, was wir schönes drin haben. Die Kapuze, die hatten wir doch schon mal. Und einen Hals. Schade. Gucken wir mal. Nächster Chao. Nächstes Glück. Wieder nichts. Und eine Brust. Die hatten wir vorhin, glaube ich, auch schon mal. Schade, schade, schade. Und dann haben wir den nächsten Monk. Und der hat was drin? Einmal nur Partikel. Und das andere? Hm, schon wieder der Kopf. Ach, Mann. Jetzt gibt mir endlich mal das Schwert hier. Was soll denn das? Beauty. Dann schauen wir mal beim nächsten Monk noch rein. Die Quest einmal ab. Und wir haben einmal Hände. Okay, die brauche ich auch nicht. Und dann noch einen Gürtel. Dann gucken wir beim nächsten rein. Also, was haben wir hier schickes? Einmal nichts. Und. Ah, mal ein Rücken. Aber ein falscher Rücken. Das ist jetzt zwar einer von den Int-Rücken. Aber der falsche, so wie es aussieht. Vor allem, ich brauche einen epischen Int-Rücken. So, nicht dabei. Mhm, 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 mhm. Okay. So, jetzt haben wir den letzten Char hier. Ich hoffe, hier haben wir nochmal Glück. Nicht, dass wir komplett leer ausgehen. Und Kiste Nummer 1. Fängt schon mal nicht gut an. Kiste Nummer 2. Geht schon nicht gut weiter. Und, naja, schade. Dann war das leider wieder eine Nullnummer. Das waren jetzt 30 Kisten. 30 Mal leider nichts. Aber, naja, ich lasse mich nicht unterkriegen. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Glück. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.